Hallo und herzhaft Willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und es wäre schlecht, wenn ich der Nefeli den Trank vom Seluvis gebe. Denn ich kann von der Nefeli auch noch eine Quest erhalten, durch die ich so einen Drachenstein am Ende kriege, den ich irgendwann wahrscheinlich brauchen werde, wenn ich eine Waffe auf 25 machen will. Ihr seht hier die Karte, hier war ich noch nicht und hier ist irgendwo das Dorf der Albinaurix. Oder wahrscheinlich hier oder hier. Und hier ist auch noch ein Siegelgefängnis, so wie es aussieht. Und deshalb muss ich mal gucken, kann ich mich von hier aus dahin... Ich muss mal gucken, wie ich hier hinkomme. Hier unten vielleicht. Oder hier. Ich würde fast sagen hier hoch. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme und dass ich die Nefeli überhaupt wieder treffe. Weil ich habe die Nefeli mal in der Tafelrundfeste getroffen. Jetzt stand hier auch, dass sie einem einen Arsenal-Talisman gibt. Aber ich meine den Arsenal-Talisman irgendwo anders gefunden zu haben. Das habe ich jetzt nicht nachgegoogelt, ob es den an mehreren Stellen gibt. Ja, die war auf jeden Fall nicht da. Gut, ich gehe jetzt mal hier hin und versuche mal irgendwie hier rüber zu kommen. Ich mache hier mal so eine Marke hin. So, gehen wir hier hin. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, ob ich da hochkomme. Achso, jetzt bin ich in der Kristallhöhle. Kommen die nur wieder raus. Hier, glaube ich. Crystal Hole am See. Ich will hier hoch, glaube ich. Hier sieht es jetzt so aus, als komme ich hier hoch, oder? Ne, ich muss da hoch, glaube ich sogar, oder? Mal gucken. Ich kann hier drüben einfach hochklettern. Ei, 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 ei. Aber es sieht nicht so aus. Komm ich hier hoch. Das ist halt so ein komisches Plateau, gell? Kann ich mich hier irgendwie hinbeamen? Fast aus, als müsste ich wegen so einem Teleport-Ding da hinkommen, oder so. Vielleicht gibt es hier auch einen Eingang. Das ist mal hier irgendwie durch die Wandkirne. Hm, seltsam. Bin ich eigentlich gerade langsam? Ach ja, ich habe große Last. Ich habe gerade so angerätzt, die hat sich so komisch gerollt. Warum hatte ich jetzt große Last? Ach, wegen dem Hut bestimmt. Kann ich das Ding noch nehmen, ohne große Last? Jawohl. Ich glaube, ich muss erstmal die Fledemos hier wegmachen. Die nerven mich. Ich glaube, ich muss hier noch sterben. Gut, bleibt mir nichts anderes übrig, als mal um das Plateau rumzureiten. Weil wir irgendwie nicht schon wieder gucken, wie ich da reinkomme. Ich weiß, warum wir sie selber suchen. Okay, ist schon wieder so ein Geh. Da sieht es auch so aus. Das könnte auch ein Weg sein. Das schreiben die Experten hier. Zeit für dies. Krabbe. Achtung, Krabbe. Ja, die Krabbe habe ich schon gesehen. Ich bin ja. Ja, die Krabbe. Ja, die Krabbe. Oh, Mönchsflammenstreitkolben. Was ist das Gutes? Hammer. Ziemlich stark. Mönchsflammenstreitkolben. Aber wiegt auch viel. Vielleicht ist er sogar besser als meine schwere Keule. Cool wäre halt, wenn das hier so eine Art Brücke wäre und ich hier drüber laufen könnte. Weiß noch nicht, ob ich hier... Oh Mist. Ich bin halt unbedingt zu Hause, jetzt komme ich da hoch. Ach, dieser kacken Nebel und die Bäume. Ich kann gar nicht gucken. Nee, hier rüber komme ich auch nicht hoch. Jetzt bin ich auch schon hier. Da kommen wir mal am Wegesende. Ich habe mich schon ganz schön entfernt von dem Punkt, wo ich eigentlich hin will. Eins gibt halt auch diese Teleport-Dinger, gell? Vielleicht kann ich mich auch irgendwie da einfach hoch teleportieren. Das ist schon eine. Oh nein, das ist so ein Kristall, Mann. Ah, gegen Kristall. Da habe ich mir keine Chance mit so einer Waffe. Brauche ich was zum Kristall zerbrechen. Dann kämpfe ich auch lieber zu Fuß, glaube ich. Oh, unkorrekt. Zwei. Ah, er macht vier. Oh, das ist noch mehr nervig. Wie oft macht er denn das? Mann, ey, jetzt sind die Leute so voll viel Einklang. Was für ein Scheiß, ey. Ich sehe doch gleich wieder helle Pfade zu mir, gell? Mist. Oh, Mann, ey. Ich habe jetzt zwei Heinis jetzt hier gekillt, oder was? Ich schaue jetzt mal ab, das wird so nix. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Ich würde hier halt gern totmachen und mich hier umgucken. Ich würde auch ungern jetzt hier sterben. Da ist eine Brücke. Okay, dann komme ich zu der Brücke. Okay. Hier geht's hoch. Ah, ich bin schon hier. Ja, krass. Das ist gar kein Plateau. Ich konnte hier einfach so hoch rein. Okay, ich habe das Dorf der Albinaurix erreicht. Aber hier ist es gottverdammt dunkel, ey. Die Albinaurix, die sind scheinbar ziemlich miese Typen. So viele Leute, wie die hier aufgeknüpft haben. Das ist so, Mann. Das ist so, Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau grown, und obwohl die Gefahr nicht sein kann, ich kann trotzdem mit der Justiz. Justice zu den Oppressern. Ich kann die Schmerzen, die ich schaffe, remind sie. Ich bin Nefeli Lu, Warrior. Aber dieses Mal, ich bin eine Frau grown, und obwohl die Gefahr nicht sein kann, ich kann trotzdem mit der Justiz. Ich kann die Schmerzen, die ich schaffe, remind sie. Ich bin Nefeli Lu, Warrior. Okay, sie ist Nefeli Lu, ein Krieger. Sehr gut, Nefeli. Ich bin auch Krieger, wir verstehen uns. Das ist die Frage. Gibt's hier ein Dingens? Du, der Albinaurix. Hier müsste doch eigentlich eine Golden Grace sein, irgendwo, oder? Ich würde gerne meine Tränke aufladen. Gibt's hier irgendwas? Da ist noch einer, der stirbt. Ach, das war nur eine Krabbe. Ja, eigentlich bin sie gemein, weil die kleinen Krabbe gar nichts machen, aber egal. Sterben müssen sie alle. Sterben müssen wir alle irgendwann. Aber ich habe eine Feli Lu schon mal gefunden. Den Drang kann ich ihr auch gerade gar nicht überreichen. Ah, da ist es. Ach nee, das ist ihr Licht. Hier sitzt sie auf der Gnade. Was? 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 Ich glaube, für die Larventränen kann ich meine Skills zurücksetzen. Da ist eine Gnade. Was sagt er? Dieses Dorf ist verloren. Bitte selbst, wenn ihr ganz allein seid, alter Albus. Versteckt euch gut und bleibt... Was? Und bleibt absolut stumm. Okay, vielleicht finde ich den alten Albus irgendwo. Ach, wie ich es irgendwie hasse, dass es hier so dunkel ist. Ich bin nicht sicher, ob das an meinem Fernseher liegt. Ich muss gerade mal hier auf dem Laptop auf dem Kontrollbildschirm gucken. Also, für euch ist es auch extrem dunkel. Da oben ist Blut. Ich gehe erstmal in die Gnade. Ach, komm, dann hole ich mir wieder. Dann bringe ich die kleinen Penner da halt nur um. Oder kann ich schon Level abmachen? Bin ich so weit? Aber ich glaube, ich brauche mehr als 50.000. 52.000. Haben die hier viel gegeben, die kleinen Dreckssäcke? Ah, 66 nur ist ja gar nichts. Kamen halt extrem viele, oder? Ja. Ja. Er lebt ja noch. Ach. Joach. Ich bin so, so hässlich hier ankommt, finde ich immer ganz hart halt. Blutverlust versuchen. Gut, wir gehen erstmal hier hoch. Was schreiben die Menschlinge hier? Starke Feind voraus. Okay, gut. Hier bin ich richtig. Schild. Glück suchen. Der, der war das. Gut, der hat aber extrem eingesteckt hier schon, also. Also, nicht extrem eingesteckt, der hat extrem viel Schaden bekommen. Jetzt reicht's mir, Alter. Auch mit dem Müll. Ich glaube, es geht los. Was hier nicht so geschissen dunkel wäre, ey. Ist es bei euch auch so dunkel gewesen, Scam? Ach, hier ist auch eine Brücke. Unten war doch auch schon eine Brücke. Hinten leuchtet was. Oh! Was war das? Oh, Mann, ey. Arschloch. Der war das, glaube ich. Der so hässlich rumgewimmert hat. Ach, das ist der alte Albus. Wie denn der Mund bewegt. Oh, goodness me. Geheimnis. Und wenn du die junge Albinorek-Latenna brauchst, dann gibst du es zu ihr. A Chosen Land awaits uns, Albinorek-Latenna. Is the immovable fate of all Albinorek-Latenna. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich muss echt viel laufen. Jetzt hat den Mund den ganzen Zeit bewegt und dann kommt Susan, stirbt er jetzt einfach. Oh, oh. Oh, er ist echt gestorben. Elfenbein-Sichel. Was ist die Elfenbein-Sichel? Ein Dolch. Okay, korrekt. Sieht voll hässlich aus. Ach, da drüben ist so ein Ding. Gut, dann geh ich mal da rüber. Albinoryx. Yo, yo, yo. Zaubert, der an ihrem Boden kommt. Der hat auch eine Kutte angehört. Diese ekligen Saftverspritzen. Erstens nacheinander besiegen. Diesen... ach, ich kann dir viel die Luxe bei rufen. Ach ja, komm, das mach ich mal. Also kommt die in Bossfight. Boah, jetzt war ja extra. Ja. 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 Ja, die drechen einfach nur drauf. Ich sehe das nicht. Jawohl. Yeah. Knoten-Talisman des Schmelztiegels. Schmelztiegel. Das war doch das PvP beim Dings. Ach, cool glaube ich die jetzt. Ach nee, die Nefeli war nur für den Bosskampf da. Wäre cool gewesen, aber wie sie mit ihr rumlaufen könnte. Ach nee, ich habe den Arsenal-Talisman plus eins gefunden und sie hätte mir einen normalen... alles... ja, ihr wisst schon, so ein Talisman hätte sie mir geschenkt. So, was war das jetzt? Knoten-Talisman des Schmelztiegels. Verringert die Wucht von Kopfschüssen und den durch Kopfschüsse erlittenen Schaden. Cool. Aber ich habe doch einen Helm. Gut, jetzt ist es vielleicht, wenn diese großen Pfeile kommen, die eine mehr umlocken. Oh, hätte ich nur diese Rüstung. Ich hätte den Ritualeg die ganze Zeit mitnehmen können scheinbar. Ah, mein Olek ist verschwunden. Schade. Wertvolles Objekt voraus. Kann ich hier ins Haus? Nee. Runenbogen. Irgendwann muss ich mal einen benutzen. Ach, sieh. Das Fenster, Romeo und Julia mäßig. Okay, gut. Den Maltöte, den habe ich voll zerledet. Ist eigentlich cool, wenn man die ruft, gell? Das habe ich jetzt das erste Mal gemacht, sonst bringe ich ja immer alles alleine um. Aber ich hatte irgendwie auch immer Bock, weil das hier doch die Nefili-Quest ist. Ich gehe hier sogar auf dem Pferd rumreiten, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich, wenn es hier so dunkel ist, dass ich hier einfach ins Loch falle. Jetzt gehe ich mal gucken, ob die Nefili noch da ist oder ob es da vielleicht in der Feste ist. Aber die haben Seite an Seite gekämpft. Ich kann ihr doch jetzt nicht einen Trank geben und sie in eine Marinette verwandeln. Das wäre extrem unkorrekt. Außerdem will ich ihren Drachenstein. Ich habe nämlich den von Gostok schon verkackt. Normalerweise wäre da eine Gostok ja hier. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte einst von Gostok. Die fiesen Typen. Zauberer voraus. Ich habe nicht genug Energie, um den anderen zu beschweren. Ich habe nicht genug Energie, um den anderen zu beschweren. Oh, da ist noch eine. Kristallschwert. Kristallschwert. Gerades Schwert. Ach, das ist auch ein magisches Schwert. Ich will es mal ansehen. Ja, dann zeig es mir trotzdem mal. Oh, das sieht ja cool aus. Ob ich da mit den anderen Typen geben kann da? Alles mal eins, alles mal eins. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe ausgewählt? Ich habe das falsche ausgewählt. Eigentlich müsste doch die andere hier irgendwo sein. Der, der ich den Dingsi geben soll. Die andere Seite von diesem Blutgerinnle eines Albinaurik. Ich dachte jetzt, dass hier die... Oh, da oben leuchtet noch was drauf. Komme ich da hoch? Bestimmt hier rum. Muss ich echt hier drauf hüpfen? Oh mein Gott. Jo, wieso mit Fährt? Erstens seid ihr bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Okay, schaffe ich es von hier da rüber? Ach, das war gar kein Gegenstand. Da hat einer nur so einen Scheiß drauf gemacht. Ja, total schöner Ausblick. Nie habe ich was schöneres gesehen. Oh Mann ey. Okay, ich glaube hier ist jetzt nix mehr. Ja, ich denke hier ist nix mehr. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge. Laufen wir hier zurück. Gucken, ob die Nefeli noch da sitzt. Wenn nicht, gehen wir mal an die Tafel rund fest und gucken, ob wir sie vielleicht da erwischen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und macht's gut.